servus glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren ich kommentiere eure kommentare diesmal zu dem Champions League Spiel bei Manchester United ich bin mal gespannt dass ihr so raus ballert ja ich denke war ich habe es ja schon gesagt gehabt in der Analyse befriedigende spiel und ich bin mal gespannt wie ihr das so gesehen habt banja erst einmal hallo es begann etwas schwer beziehungsweise mir ging es zumindest am Anfang so dass ich gerade bei den ersten Bällen von Kim und Upa etwas Puls bekommen habe man muss aber sagen viele Spiele haben sich ins Spiel gekämpft und eine positive Leistung gezeigt sehr positiv war für mich Goretzka aber auch Mats Raui und auch Coman auch Kimmich und Davis obwohl sie da immer wieder unnötige Fehler einschleichen auch Upa und Kim wurden immer stabiler Jamal kam auch erst spät in Fahrt aber das war auch klar abgefallen ist eigentlich nur Sané der in fast allen Aktionen unglücklich aussah wenn man da zum Beispiel Kane sieht der keinen guten Tag hat aber extrem viel für das Team gemacht hat aufzitten ausgeholfen hat und somit sehr viel für das Spiel getan hat und heute waren irgendwie neue Abschläge und paar Spiele wackelig hat das Spiel kontrolliert und ist weiter das war ein Schritt aber am Sonntag müssen ein paar mehr Schritte dazu kommen PS die Aufstellung war zu erwarten die Aufstellung war zu erwarten das haben wir ja vorher schon gesagt ansonsten ja gehe ich damit was du schreibst ja abgesehen von Kimmich den sehe ich ein bisschen kritischer ansonsten ja gehe ich damit obwohl Mats Raui jetzt für mich auch nicht so mega stark war war aber auch nicht schlecht keine Frage von daher kann man diese Meinung teilen Briggs im Kopf wie immer schön zusammengefasst danke liebe Grüße Olli Olli muss ich mir mal merken kann ich dich auch mal Olli nennen und nicht Briggs Lob an unseren Support auf jeden Fall der war mega gut ne Obi Kai hallo Kai was soll man zu dem Spiel sagen für ein Champions League Spiel nach Frankfurt in dem es für den FCB im Grunde nur ums Gesicht war ein Gegenweis in Ordnung dass man die Mannschaft erstmal wieder stabil auf dem Platz stehen sehen wollte vollkommen klar ich hoffe nur sehr dass dies eben so auch gegen Stuttgart gezeigt wird normalerweise ist das kein Problem weil man weiß um die Stärke des Gegners geht unter Druck eigentlich ideal für die Mannschaft das war fast immer eine Stärke der Mannschaft genau dann zu performen stimme ich dir zu ich lese erstmal den Abschnitt zu Ende wenn der Gegner dennoch stärker ist muss man das respektieren und achten aber da ist dann wirklich die Reaktion gefragt die man erhofft keine Lustlosigkeit sondern die Bereitschaft auch mal den Schritt mehr zu machen auch nach hinten gegen Stuttgart wird es wieder eine Mannschaftsleistung brauchen die 100% Leistung Konzentration fordert selbst nach dem Spiel gegen Manchester bleibt für mich das Gefühl dass man sich einfach auf nichts verlassen kann dass man in Frankfurt verlor schwamm drüber es bleiben aber die Fragen wie und warum ja sorry Leute mein Hals ist schon wieder on fire deswegen muss ich mal eben ein Teechen hier abgießen hier Teebeutel rausnehmen ähm erstmal stimme ich dir natürlich zu was die Sache angeht wenn wir unter Druck stehen und so dass wir dann eigentlich am stärksten waren wenn ich aber dann so an die letzte Saison denke ja gerade so Heimspiel gegen Leipzig und sowas schwierig ich denke das haben wir halt auch ein bisschen eingebüßt leider haben wir vielleicht äh ja auch gegen Frankfurt halt eigentlich also ich weiß nicht wenn man Frankfurt unterschätzt dann hat man es auch verpennt alter ja also gerade in Frankfurt also weiß ich nicht es war auf jeden Fall eine lange Zeit so ja da gebe ich dir für 100% recht man hat es ja dann auch gegen Dortmund gesehen wo dann die passende Reaktion kam ähm aber im Großen und Ganzen zeichnet uns das leider nicht mehr so aus wie es mal war wie ich finde was glaube ich aber auch ein bisschen mit der Personalie Müller zusammenhängt ähm sportlich und so weiter ja kann man wie gesagt über Müller diskutieren aber ich denke so vom Charakter her und vom vom Vorbild sein und vom Wachrütteln der Mannschaft und so ist Müller ähm in solchen Spielen wo er so viel Druck auf dem Kessel ist enorm wichtig glaube ich ne weil er auch immer der ist der dann vor der ersten Minute an Rakat, Akkad Anweisungen gibt auch wenn das manchmal vielleicht ein bisschen überzogen ist und vielleicht dann auch nicht so zu spielweise vom Tuchel passt oder so das weiß ich nicht aber ich denke was das anbelangt ist der super wichtig der Müller und ja deswegen bin ich guter Hoffnung gegen Stuttgart dass wir da nicht irgendwie wieder die Anfangsphase verschlafen ähm weil ich davon ausgehe dass Müller spielt aber wer weiß vielleicht widerlege ich mich den Tuchel ja noch wir werden es sehen ähm ähm sorry natürlich können wir uns unserer Sicht natürlich können wir aus unserer Sicht viele Punkte nennen die zu solchen Einbrüchen führen könnten aber Fakt bleibt einfach dass wir über die Saison hinweg wenig Spiele sahen die wir normalerweise als typisch für den Fußball des FCB bezeichnen mögen Junge Junge zumindest bei mir hinterlässt das schon vor der ersten PK eines jeden Spieltags ein Fragezeichen was durch Tuchel selten wegradiert wird so ist Manchester nun abgehakt und ich frage mich was beim Griff in die Wundertüte am Sonntag rauskommt und sorry das wäre nicht anders wenn wir dann statt gegen Stuttgart gegen sagen wir mal den HSV oder die Händler spielen müssten ja ich bin auch sehr gespannt äh für mich ist das Manchester Spiel jetzt auch kein Maßstab weil einfach Manchester United kein Gegner war muss man leider so knallert sagen das war wir haben es gut gemacht souverän gemacht wir haben das gemacht was man machen muss das muss man positiv hervorheben aber denselben Mist haben wir gegen Köln und dann gegen Kopenhagen auch positiv hervorgehoben und wir haben dann gesehen was dann in Frankfurt passiert ist und naja ich bin super froh was heißt super froh ich freue mich super auf das Spiel gegen Stuttgart weil ich denke es wird ein sehr interessantes Spiel ich hoffe natürlich mit dem besseren Ende für uns äh am Ende des Tages ist es mir dann auch erstmal egal wie es zustande kommt hauptsache wir gewinnen das Ding irgendwie ähm in zweiter Instanz wäre es natürlich schön wenn wir es dann auch äh zurecht gewinnen würden aber jetzt die letzten zwei Spiele ähm muss man leider auch ja sagen am Ende des Tages ist es scheißegal ob wir gewinnen die beiden Spiele und bleiben an Leverkusen dran ja ähm ja das ist das der Auftrag der da ist und der muss erfüllt werden ich erkenne die Leistungssteigerung gegen Manchester natürlich an aber eine Steigerung war ja im Grunde auch nicht schwer ja eben ich wünsche mir dieses Gefühl zurück mit einer gewissen Selbstverständlichkeit in ein Spiel zu gehen mir ist dann mir sind der FCB dann gab es auch schon mal Ausrutsche aber dann wusste aber man wusste dass es eben genau das auch war ein Ausrutscher angesichts der Spiele die ich diese Saison sah würde ich dies allerdings nicht mehr unterschreiben ich auch nicht ein Spiel wie gegen Frankfurt war zumindest vom Gefühl her absehbar ja auf jeden Fall war die logische Konsequenz dass es jetzt zu dem Zeitpunkt kam jetzt nicht unbedingt für mich persönlich aber dass es kommen musste ah die logische Konsequenz deshalb ist das Spiel gegen Manchester für mich einfach nur eine nette Reaktion die mich aber übergangslos zu Stuttgart führt jetzt geht es um die Big Points ich weiß jetzt schon wer so gut erkannt performt wird der Engländer wüsste ich das auch vom Rest der Mannschaft anschließend Trainer ich würde feiern egal welches Ergebnis zustande käme ja das ist halt so die Geschichte Harry Kane kränkelt steht also noch nicht mal fest ob er am Sonntag aufläuft also und dann wird es schwierig dann wird es schwierig ja ansonsten bin ich komplett bei dir Helmut Helmut Werner Müller Kane war auch als Spielmacher klasse gefallen hat mir der Kampfgeist von den meisten gut dass Müller endlich mal dabei war man merkt dass auch er dass er auch mal Ideen hat und sich voll reinholt was aus meiner Sicht bei Bayern generell schon lange nicht mehr stimmt ist der absolute Siegeswille und eine klare Spielidee mit eingeschwungenen Abläufen ja das haben wir ja auch im Stream gesprochen das ist leider aktuell nicht vorhanden liegt aber nicht alles an Tuchel sondern am Kader aus meiner Sicht absolut nötig konsequent nach Leistung aufstellen und die Jungen dann eine Chance geben naja dass keine Spielidee da ist finde ich schon dass da der Trainer als erstes für in der Verantwortung steht und nicht in den Spieler ja ähm wir sind halt unter Tuchel davon abgekommen zu sagen wir sind der FC Bayern das ist unser Spielstil das spielen wir so wie es Leverkusen Stuttgart gerade tut oder auch Hoffenheim um da mal positive Beispiele zu nennen das haben wir nicht mehr I don't know why ich weiß es nicht ich weiß nicht was Tuche seine Gedanken sind oder was seine Spielidee ist vielleicht sehen wir die auch einfach nicht vielleicht ist aber auch einfach seine Spielidee ja wir sind jetzt wir gucken dass wir den Ball eine Reihen behalten ähm stehen etwas defensiver und warten dass der Gegner rausrückt um dann gefährlich in die Räume zu stoßen so wie wir es in zwei, drei Spielen gesehen haben ähm das ist eher so von meinem Gefühl her oder was ich so sehe Tuchels Strategie ne das ist natürlich nichts was zum FC Bayern passt da müssen wir uns nicht drüber unterhalten aber selbst das sieht man viel zu wenig dann ähm ansonsten sehe ich keine Strategie sobald ein Gegner hinten defensiv steht äh sehe ich keinerlei keinerlei Strategie keinerlei Auktion keinerlei schnelles Kombinationsspiel versuchen den Gegner da hinten auseinander zu ziehen oder sonst was Seitenverlagerungen ja all das sehe ich nicht ich weiß nicht was Tuchels Strategie ist wenn ein Gegner hinten drin steht ich kann es euch nicht sagen und das war in 80% der Spiele so und deswegen waren das auch alle so grausame Spiele wo wir dann durch irgendwelche Einzelaktionen dann eine Torschance kreiert haben ne und das ist für eine Mannschaft mit dieser Qualität die wir haben viel zu wenig meiner Meinung nach Ipen ich glaube das Wort Jor trifft mittlerweile meine Gefühlssage zu den Spielen ziemlich gut ich habe zwei Mannschaften gesehen die offensiv an ihre Grenzen stoßen weil ihnen nichts mit dem Ball einfällt wir haben leider Außenspieler die nicht durchkommen und deren Flanken man auch ehrlicherweise nicht braucht da die meisten auch keine Kopfballummeuer sind zudem können sie auch nichts nicht besonders gut abschließen und der Einzige die diese Rolle erfüllt darf ja nicht in dieser Zone sein weil er unser einziger Kreativspieler ist am besten einfach den Harry klonen und dann haben wir ja auch unser Kreativzentrum und unseren Vollender erschreckend war ja auch noch als ich ihn in der Außenverteidigung sehen musste weil in der ersten Halbzeit manchmal unser Außenverteidiger sehr weit nach vorne aufgerückt war aber zu spät nach hinten traben unsere Mitte ist leider auch manchmal wie ein leeres Loch und dann noch dieser Tuchel mit seiner Aussage dass wir unser bestes Spiel machen und dass es einfach Spaß macht so zu schauen aber gut aber gut ging ja um nichts allerdings gebe ich dann dir recht dass man dann auch was Neues ausprobieren könnte ja ich stimme dir vollkommen zu sehe ich ganz genauso Lob und Anerkennung für Heavy Kane gerade so die ersten 20 Minuten auf der anderen Seite ist es natürlich ein Trauerspiel wenn unser Mittelstürmer den Sechser geben muss und das war in der ersten Viertelstunde nicht nur einmal der Fall ja oder wie du auch sagst dann irgendwie für einen Außenverteidiger der sich auf die Posi fallen lassen muss das kann nicht im Sinne des Erfinders sein auch wenn Heavy Kane das kann auch wenn Heavy Kane Spielmacher mäßig überragend ist die Spieler vorne auch einzusetzen in erster Linie ist er dafür da um die Tore zu knipsen von daher ja kann man das so und so sehen finde auch er kann sich ja mal fallen lassen und so oder auch gerade so wie es dann gegen Manchester war dass man mal sagt so ja die erste Viertelstunde arbeitet Heavy Kane mehr mit nach hinten und so finde ich okay aber ja im Großen und Ganzen ist er halt unser Stürmer und wie du schon sagst wenn der vorne nicht drin ist brauchst du auch keine Flanken reinschlagen aber ja keine Ahnung ich kann es ich kann unseren Fußball gerade auch nicht irgendwie beschreiben ich sehe keine klare Philosophie ich kann das nicht irgendwie an irgendwelchen Parametern messen weil wir keine Parameter haben wenn man sagen würde ja das ist unsere Strategie wie wir Fußball spielen wollen das ist unsere Spielidee dann könnte man ja die Leistung die wir sehen daran messen irgendwie dann sagt man boah hat super geklappt oder hat gar nicht geklappt läuft nicht Blasölz während der Spieler hat sich falsch verhalten und so dann könnte man das ja sagen aber die haben wir gar nicht die wird ja auch nicht erfragt also ich sehe offensiv keine Strategie die wir spielen also I don't know wenn es irgendeiner von euch sieht schreibt sie mir gerne in einem der nächsten Videos in die Kommentare ich sehe sie nicht ich kriege sie nicht auf die Kette Kasa Servus und Glück auf zur späten Stunde so ganz wollte mir die Strategie nicht einleuchten mit der Manchester United heute versuchte den dringenden Sieg zu Hause gegen die Bayern einzufahren um wenigstens die Europa League zu erreichen joa ich habe da auch nichts irgendwie gesehen ich meine nach hinten konsequent verteidigung vorne hilft der liebe Gott ist ja durchaus ein probates Mittel aber Manchester United wollte ja sogar kein Risiko eingehen selbst in der letzten Minute warf man eigentlich kaum was nach vorne sehr seltsamer Plan ja auch die Fans waren erschreckend schwach da kam ja absolut gar nichts aber das ist womöglich auch der Fluch des Geldes an dem die Premier League mehr und mehr leidet wenn es nur noch um den Kommerz geht geht es den Fans eben schnell am Arsch vorbei weil wenn es um nichts mehr geht wozu dann noch den Verein unterstützen ja ich weiß nicht vielleicht spielt er halt auch so ja dieses hin und her Geschacher der Vereine jetzt hat der einen neuen Besitzer da so ein neuer Besitzer hin und so weiß ich auch nicht wie ich mich da so fühlen würde als Fan I don't know kann ich schwer einschätzen ich weiß auch nicht vielleicht war da irgendeine Demonstration warum die die Ultras oder so keine Stimmung gemacht haben ich kann es auch nicht sagen feststeht ich habe es ja auch im Video gesagt für mich auch super erschreckend so war es natürlich über die gesamte Spielzeit sehr anstrengend zuzuschauen weil die Bayern vorne gar keine Räume bekamen aber sich nach hinten keine Fehler erlauben durften aber wirklich gefährlich Kontern war bei Manchester United auch nicht drin und Stimmung kam ja wie bereits erwähnt auch Null auf er freute mich das hochverdiente 1 zu 0 sehr für Kuman weil der in den ersten in der ersten Halbzeit viel Pech hatte ebenso wie Sané und Kane die gegen die kompakten Engländer keinen Stich machten Happy Kane war für meinen Geschmack oft etwas arg weit hinten deshalb fehlte er vorne schade dass sein Kopfball nicht reinging das wäre hübsch gewesen Leimer, Müller und Tell brachten noch etwas Wind rein aber unterm Strich wollte Manchester United auf sich nur knapp verlieren und als Gruppenletzte ausscheiden sehr sehr schwach ja habe ich auch nicht verstanden also was hätten wir noch zu verlieren gehabt ja also ganz ehrlich zumindest so die letzten 20-30 Minuten musst du Feuer freigeben die werden ja über das Ergebnis auf dem anderen Platz gewusst haben und es hätte ja schon einen Punkt gereicht um Dritter zu werden wenn ich es richtig im Kopf habe also ein Tor das wäre immer wenigstens noch in der Euroleague gewesen also habe ich auch nicht verstanden ganz komisch schön dass man nach der Schmach von Fankow wieder ein vernünftiges Spiel ablieferte und keiner der Spieler negativ abfielten Kelly Mosella, Davies und Komange fiel mir am besten da sah man mal wieder ein bisschen Lockerheit und Präsenz auch wenn es natürlich nicht sonderlich effektiv war Charles Pavlovich und Kretz sich wieder auf der Bank versauerten aber das Thema ist ja mittlerweile abgehakt solange Tuchel Trainer ist dürfen die beiden entweder das Training auffüllen oder sich einen neuen Arbeitgeber suchen joa sehe ich genauso ansonsten für das kommende Spiel gegen den VfB in der aktuellen Situation wird es so trotzdem nicht reichen ja also wenn Stuttgart so spielt wie gegen Leverkusen das wird man natürlich sehen ob sie die Cojones dazu haben die Eier wovon ich eigentlich ausgehe weil sie gegen Leverkusen das in der ersten Halbzeit auch durchgedrückt haben dann wird es ein sehr sehr interessantes Spiel werden bin ich mir sicher Kasa hatte ich gesagt und cool wir werden nach dem Spiel gegen Stuttgart sehen wo wir stehen ich warte einen Sieg einige kalter Probleme des FCB leiten sich daraus ab dass man gern die Achse der Nationalmannschaft im Klub halten will früher war das sehr sinnvoll aber Kimmich, Goretzka, Sané Gnabry, Müller performen heute auch dort nicht richtig insofern gibt es Parallelen zwischen DFB und FCB gute Einzelspieler aber kein Team in Abwehr und Angriff gibt es aber in der Bundesliga schon keine deutschen Spieler mehr die gut genug sind für den FCB bleibt das Mittelfeld seien wir ehrlich auch auf der 6er Position werden wir jemanden aus dem Ausland holen Kane ist Weltklasse aber man kann nicht immer 100 Mille raushauen für einen Spieler wir brauchen mehr Nachwuchsarbeit ja deutsche Nationalspieler gebe ich dir recht ist ja immer so Ulis Traum gewesen so der FC Bayern stellt die deutsche Nationalmannschaft ja wo die deutsche Nationalmannschaft noch eine Nationalmannschaft war könnte man das auch mittragen wie du richtig sagst so die Spieler die bei uns sind die 6 Titel gewonnen haben die sind einfach satt das merkt man die haben seit 2 Jahren performt die mega durchschnittlich mit vielen Peaks nach unten das hätte man schon schon erkennen müssen gerade letzte Saison man zieht es noch eine Saison durch und das ist so das einzigste wo man Tuchel loben kann er hat das vor der Saison klar angesprochen den Verein hat es nicht wirklich interessiert mit auf die Jugend setzen ja sieht man gerade leider Gottes hat Tuchel da nicht die Eier für oder ist der falsche Trainer ich weiß es nicht nochmal Pavlovic war in allen Einsätzen stark klar musste ja noch ein paar Schritte machen und so weiter aber den hätte man halt gut und gerne schon viel viel mehr spielen lassen können müssen sogar aber das ist ja Josch König Josch der da spielt der ist ja unantastbar ja von daher tut man sich da selber kein Gefallen mit und solange das sich nicht ändert bei uns wird das auch weiterhin dieser Graupen Fußball bleiben da kannst du drumherum aufbauen was du willst sehen wir auch gerade neue Innenverteidiger starke Innenverteidiger ein super Stürmer ja wenn deine wenn deine dein der Motor das Spiels oder das das Hirn der Mannschaft ist nun mal das zentrale Mittelfeld und wenn das nicht funktioniert dann funktioniert vieles halt nicht ja und das ist halt einfach so aber nochmal also ich denke wir haben wir haben Nachwuchs ja wir haben Pavlovich wir haben Krätzig im Kader die beide auch überzeugt haben in ihren Einsätzen sie bekommen halt einfach kein Vertrauen genauso wie in Tell ja das sind halt einfach junge Spieler die sind zu jung für den Tuchel was okay ist ja es ist immer so eine Trainergeschichte der hat da keinen Bock drauf der möchte fertige Spieler haben die direkt performen sein gutes Recht auf der anderen Seite warum lässt man dann Kimmich drin der die ganze Zeit unterperformt also aber gut das Thema haben wir zu Genüge durch das werden wir nicht mehr lösen können ja keine Ahnung von daher wird es spannend zu sehen sein wie sich der Kader verändert oder nicht verändert Upa nur eine 3 fand ihn heute mit der stärkste hat alle 2 Kämpfe gewonnen ja für mich hat keiner so super herausgestochen dass ich den unbedingt so abheben muss aber das ist ja jedem selber überlassen hat er mindestens einen schlimmen Fehlpässe drin gehabt trotzdem er ist mir ein Symptom und nicht das Problem ne Upa ist auch nicht das Problem also Upa ist ein super konstanter Spieler auch diese Saison gewesen ist ein super starker Spieler ich hab's ja schon mal gesagt Upa ist für mich welchen Spieler der Führung braucht ja wenn der einen starken Führungskarakter Spieler neben sich hat oder vor sich durch einen Sechser Upa ist halt nicht der 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 auf dem Platz ich glaube fußballisch kann er schon nieder sein deswegen hat das auch mit mit Delift so gut gepasst weil Delift möchte das gerne er möchte Führung er möchte der der Abwehrchef sein und daran kann sich ein Upa so ein bisschen auch aufrichten denke ich aber das ist auch nur meine persönliche Meinung weil man sieht das dann teilweise in der Abstimmung so da fehlt mir dann so wenn Upa und Kim auf dem Platz sehen da fehlt mir der Innenverteidiger der mal den Außenverteidiger zurecht weist und mal guckt dass hier alles Gang und Gäbe ist ich erinnere mich an ganz viele Szenen wo sich so ein Upa im Delift dann abgeklatscht hat und sich gegenseitig gefeiert haben und so das fehlt mir halt komplett im Moment gut gab es gegen Frankfurt auch nicht so viel zu feiern aber gut ja das ist was mir so ein bisschen abgeht und da denke ich haben wir mit Kim dasselbe Problem wobei ich das bei Kim schlecht beurteilen kann der ist viel zu kurz da vielleicht ist er der Führungsspieler kann das sein in Zukunft rein und hoch wird man sehen aber ich wie gesagt ich bin auch ein Upa-Fan Upa ist auch nicht das Problem für mich finde ich sehe ich genauso Whatsapp schwer das Spiel zu bewerten am Manchester echt schwach war gerade von denen habe ich mehr erwartet wenn jeder auch nur die Hälfte von Keynes Einstellung hätte wären wir um Längen besser ja es war eine Reaktion sonst nichts das waren sie uns und dem Verein aber auch schuldig ja wie du schon sagst gegen Stuttgart wird entscheidend sein ja ich fand es leider auch schwer zu beurteilen gegen Manchester aber immerhin hat man sich reingehauen wie es ja hier weiter vorne auch schon stand der eine oder andere hat sich reingebissen im Spiel und das war wichtig zu sehen Marco Günther spielerisch waren unsere Spiele diese Saison noch nie richtig gut der einzige Unterschied ist dass die Einzelaktionen auch nicht mehr klappen Rader Sané ist wieder am Boden angekommen der hat mittlerweile schon Probleme einen Ball von dem Dieren zu nehmen ja sind wir ehrlich dass ein Leeroy jetzt eine ganze Hinrunde gleich stark oder gleich sehr stark performt machen wir uns nichts vor war abzusehen oder er hat schon von der Anzahl der Spiele überperformt im Gegensatz zu den letzten Jahren dass er dann jetzt mal ein zwei schlechtere Spiele hat auch da sehe ich so das Ding Sané ist nicht diese Art Spieler wie es ein Robben war oder ein Ribéry von der Einstellung heißt wenn wir einen schlechten Tag haben vorne die Offensive läuft nichts die Offensive ist schlecht dann hat sich so ein Ribéry oder ein Robben die haben sich nie hängen lassen das hat die noch mehr gepusht die waren noch ehrgeiziger um dagegen zu halten und nochmal was zu versuchen durch eine Einzelaktion bei Sané ist das genau umgekehrt wenn es irgendwie nicht läuft er so zwei drei Bälle nicht kriegt und dann er merkt selber so ach scheiße heute läuft nicht so dann lässt er sich hängen anstatt sich rein zu beißen wenn wir das Spiel jetzt nehmen guckt euch Coman an der hat sich halt so ein bisschen reingebissen und Sané hat sich eher ausgebissen wenn wir es mal vergleichen wollen das ist halt so ein bisschen aber das ist seine Art halt einfach vielleicht täuscht das auch manchmal weil seine Körpersprache so komisch ist ich weiß es nicht wir werden sehen gegen Stuttgart jetzt ich denke da werden wir auch wieder ein bisschen mehr Platz kriegen Leverkusen hatte auch genug Platz die Frage wird halt sein ob wir den Druck wenn sie so spinge wie Lege Leverkusen ob wir uns den Druck entziehen können und die Bälle dann in dieses Zonen kriegen das hat selbst Leverkusen sehr sehr selten geschafft von daher mal abwarten Robert Hartmann du hast komplett recht gegen Stuttgart wird das auf keinen Fall reichen hoffe auf eine Steigerung glauben kann ich nicht ach ja man weiß es nicht nochmal erstmal muss Stuttgart ja auch gegen uns diese den Mut haben den sie gegen Leverkusen zu Hause hatten außer jetzt ist es nochmal ein bisschen was anderes keine Ahnung und wenn sie den Mut haben und wir irgendwie ich meine wenn wir was können ist es Kontern wenn wir da dann zwei Dinger setzen I don't know wir werden sehen wie das Spiel läuft es kann aber auch genau andersrum sein es kann sein dass Stuttgart uns keine Luft zum Atmen gibt und wir sind nicht ballsicher das sind wir nicht wir wären weder in der Innenverteidigung noch im defensiven Mittelfeld und du hast zwei drei Ballverluste dann steht es wieder 2-3-0 so wie es gegen Frankfurt auch war also da kann alles passieren deswegen ich freue mich auf das Spiel ich bin sehr gespannt auf beide Mannschaften ja wir werden es sehen WN1 nenne ich dich jetzt kannst du mir gerne mal deinen Namen schreiben in einen der nächsten Kommentare dann nehme ich den auch sehr gerne oder du könntest ja auch mal deinen Namen hier anpassen als ich weiß es nicht was heißen soll USA WN bla 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 sieht automatisch generiert von YouTube aus von daher kannst ja mal schauen jeder spielt ähnlich wie deine Analyse der Titel lautet ganz klar das Pferd springt nicht höher als es muss was in so einem Spiel wenn eh alles entschieden ist okay ist mega spannend war es natürlich nicht aber gut der Gradmesser kommt am Sonntag da will ich ein Statement siegen mit vier Toren was natürlich unterschwer wird anhand dessen man dann aber wirklich sagen könnte okay Bayern hat den alten Biss wieder und kann es an einem guten Tag mit der Kaderqualität geben zeigen wenn jeder will also daran habe ich persönlich keinen Zweifel dass wenn wir wenn jeder will und wir als Mannschaft auftreten können wir jede Mannschaft schlagen also da habe ich keinen Zweifel dran dafür haben wir einfach auch viel zu viel Qualität Problem ist dass bisher gegen Dortmund hatte man schon so das Gefühl dass jeder will aber dann ist es auch schon wieder abgeschwacht abgeschwächt also man hat selten das Gefühl dass wirklich alle elf wollen und schon gar nicht dass alle elf ja dass alle elf auch als Team wollen manchmal hat man so das Gefühl der eine gönnt dem anderen nicht und so weiß ich nicht so kommt es manchmal rüber aber ja wie gesagt ich gehe schon davon aus dass wir die Qualität haben und vier teure Unterschied kann ich mir nicht vorstellen ich habe 4 zu 2 getippt im Tippspiel ja mal schauen Niklas das war heute super kontrolliert und defensiv 1a gemacht offensiv hat oft der letzte Pass gefehlt aber ein super Spiel der Jungs wenn vorne noch die Angriffe sauber ausgespielt werden ist das eigentlich meine Idealvorstellung vom Fußball kontrolliert vorne effektiv und hinten sicher Sonntag gilt es jetzt die Stuggies werden uns definitiv Räume geben Boah Niklas dann wirst du wahrscheinlich das kommende halbe Jahr aus deiner Sicht schön Fußball bei uns sehen ich denke das wird auch in der Rückrunde so der Hauptaugenmerk sein ich bin gespannt GKO fand es eine wirklich solide Auswärtsleistung war in vielen Belangen ein gutes Spiel FC Bayern Fan forever verdient der Sieg von uns wir haben eine Reaktion gezeigt Abwehr war top ja verdient war der Sieg Didi Meiser schön dass sich dein Blutdruck nach dem Frankfurt Spiel wieder beruhigt hat trotzdem lege ich mein Messgerät noch nicht in den Schrank denn Stuttgart steht vor der Tür wenn du es dann noch brauchst Adresse an mich lieben Gruß aus SH geiler Kanal nennt man auch Marktlücke ich weiß nicht ob mein Kanal eine Marktlücke ist ja na klar hat sich mein Blutdruck wieder geläst ich beurteile ja oder ich versuche zumindest jedes Spiel immer für sich zu beurteilen und nicht dann noch die letzten Spiele da irgendwie mit rein fließen zu lassen natürlich war jetzt ist das bei Manchester jetzt ein bisschen anders gewesen da war natürlich noch ein bisschen Frankfurt nachgesprungen weil man eine Reaktion sehen will ja aber wie gesagt was soll die Mannschaft sich da auch jetzt ein bisschen aus dem Blut zerreißen Sonntag ist da wo es zählt Tuchel hat es ja auch in der PK nochmal gesagt und ja da muss halt eine Reaktion kommen und die muss dann auch mal unabhängig vom Ergebnis das möchte ich gar nicht immer im Ergebnis festmachen wenn wir uns zerreißen wir machen ein richtig gutes Spiel und verlieren unglücklich 2-1 dann ist das so dann ist das auch okay dann kann man damit leben und dann ist das alles tutti ja das beschreibt es eigentlich am besten Sado Rupo dafür dass von United gar nichts kam und es am Wochenende ein 5-1 gab war das nicht überragend hätte eine deutliche Reaktion erwartet irgendwie haben die keinen wirklichen Bock hat das Gefühl es war denen egal ob die gewinnen oder 0-0 spielen ich predigte wenn Eberkusen Sonntag gewinnt und Bayern verliert geht Tuchel Dienstag ich denke aber das Bayern Sonntag gewinnt auf jeden Fall ganz wichtiger Spieltag am Sonntag wenn das Worst Case Szenario eintrifft glaube ich kann das sehr entscheidend sein für die Mannschaft ich persönlich hätte mir auch ein bisschen mehr Reaktion gewünscht kann es aber halt auch nachvollziehen wie gesagt für uns ging es um nichts was sollen wir uns jetzt da zerreißen was sollen wir uns da jetzt was ja trotzdem passiert ist noch Verletzte einfangen von daher kann ich das schon irgendwo verstehen ist menschlich dafür waren wir super sicher im Ballbesitz da waren wir super konzentriert und dann ist das auch okay dass das jetzt kein Gradmesser ist darüber brauchen wir uns nicht unterhalten weil Manchester United dafür einfach viel zu schlecht war an dem Tag und ja es war denen scheißegal ob du 0-0 spielst oder gewinnst weil nochmal du bist durch du bist qualifiziert du bist Gruppen erster wen interessiert es so hätte Manchester aufgemacht hätte Manchester Feuer gemacht hätten wir 2-3 Konter gesetzt das Ding wäre 13-0 ausgegangen alles wäre gut gewesen so so wir 1-0 gemacht ob das 1-0 jetzt gefallen wäre oder ein China fettender Kreis um ja es geht dabei um zwei Mille oder sowas die du mehr kriegst das ist der einzige Grund und natürlich Prestige ich meine es ist Manchester United das sollte eigentlich als Motivation reichen aber am Ende des Tages war es Wurst ob es 0-0 ausgeht ob es 1-0 ausgeht es ist am Ende ein bisschen mehr Money ansonsten ist es Wurst und das muss man dann einfach auch mal verstehen weil die Spieler wissen ja auch dass sie am Sonntag gegen Stuttgart spielen und die haben das Spiel Stuttgart Leverkusen auch gesehen die wissen wie Stuttgart performt die wissen dass das super schwer wird dass das super anstrengend wird dass sie da voll da sein müssen und von daher kann man das dann schon irgendwo nachvollziehen und es war jetzt nicht so dass es eine schlechte Leistung war also mir ist aufgefallen dass Spieler wie Sané nie einfach mal aufs Tor geschossen haben obwohl man oft in ausrichts der Position war da spielt man dann lieber quer findet sich sowas von nervig ja Sané hat die falschen Entscheidungen getroffen wir haben ihn sonst immer kritisiert am Anfang der Saison dass er alles alleine gemacht hat und nicht auf Manchester United hätte er zweimal einfach das Ding einschieben müssen einfach druff das Ding und da wäre mit Sicherheit einer wurde jetzt keine Ahnung vielleicht wollte er jetzt wenn er aber eine Ansage kriegt er soll Mannschaft sie nicht sein ich weiß es nicht er hat es auf jeden Fall dann versucht hat er einmal sogar abgelegt obwohl gar keiner da war also ja weiß ich nicht er hat einfach die falschen Entscheidungen getroffen das passiert da immer Funke Lava Zutreffende Analyse das Thema Kimmich Haar einer Lösung aber hat Tuchel das nötige Rückgrat zu Manchester United und den laschen Support ist zu sagen dass die einfach keinen Lauf haben und die Fans wohl entsprechend sauer sind rechne damit dass dann demnächst ein Trainerwechsel ansteht denn Ten Hag scheint nicht zu funktionieren ich weiß dass es nicht gerade super läuft bei Manchester United aber so schlecht sind sie jetzt in der Liga auch nicht da sind 6 Punkte hinter der Champions League oder was aber ja ich weiß natürlich dass es da nicht rund läuft aber ist das dann ein Grund im Champions League Spiel keine Stimmung zu machen also fühle ich gar nicht sag ich dir wie es ist also wenn das so die englische Einstellung ist dann ist aber auch schwierig also kann ich mir in Deutschland nicht vorstellen dass ein Stadion so ruhig ist im Europa Cup spielen sag ich dir ganz ehrlich egal ob du jetzt nur noch darum spielst Dritter zu werden in die Europa League zu kommen ich meine vor dem Spiel ja war sogar noch alles drin wenn Kopenhagen nicht gewonnen hätte haben sie aber nun mal also mit Unentschieden wären sie schon Dritter gewesen also weiß ich nicht man hat von Fanseite seine Mannschaft da schon hängen lassen finde ich Esteban bei jedem Spieler habe ich gedacht jetzt gibt er aber eine andere Note als eine 3 es war für mich eine befriedigende Leistung es war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung aber mir ist persönlich kein Spieler rausgestochen wo ich sage es war eine klare 2 oder es war eine klare 4 da gab es noch eine 3 minus da gab es noch eine gute 3 aber im Großen und Ganzen war es halt eine befriedigende Leistung Kimber Kimmich war das ganze Spiel abgemeldet als Profi so unsicher am Ball zu sein wenn man unter Druck kommt ist ein bisschen fragwürdig ich denke einfach da muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen für den Josch weil ich bin ja eh der Kanal der den Josch immer zu gut bewertet ich denke der Josch ist auch ein bisschen verunsichert ich denke allein das Spiel gegen Dortmund hat ihn glaube ich schon hart verunsichert weil die Mannschaft da das beste Spiel der Saison gemacht hat ohne ihn und gerade das zentrale Mittelfeld während stark war und er weiß ja auch welche Fehler er macht also es ist ja nicht so dass ein Kimmich hole im Kopf ist also er weiß ja selber wenn er da seine komischen Zweikämpfe führt und so weiter dass das Rotze ist also glaube ich zumindest hoffe ich zumindest dass es so ist und es geht dann halt auch nicht spurlos an einem vorbei er hat seit anderthalb Jahren keine Form er hat mal einen Peak nach oben und dann hat er mal wieder einen nach ganz unten aber ansonsten ist das so formtechnisch das untere Drittel das ist eher schlechter dazu weiß er dass der Trainer nicht mit ihm plant das hat Tuchel mehr als deutlich gesagt vor der Saison das hat Tuchel dann auch nochmal gesagt dass er Führungsspieler braucht dass die nicht vorhanden sind auch das war ein Schlag ins Gesicht für Kimmich und von daher denke ich wird er auch einfach nicht mehr die Motivation haben die letzten Prozent rauszupressen und nochmal groß irgendwie sonst was zu versuchen glaube ich ich glaube Kimmich hat schon so mit dem FC Bayern abgeschlossen könnte ich mir vorstellen dazu bekommt er genug Kritik hier allein hier auf dem Kanal auch jetzt fangen ja noch die ganzen Experten an da mit in die Kerbe rein zu schlagen da ist immer ganz selten mal ein der dass das nicht alles spurlos am Spieler vorbeigeht ist doch auch normal also von daher darf man das auch nicht außer Acht lassen natürlich hat Kimmich sich auch selber keinen Gefallen getan mit seiner Aussage ich bin hier der richtige einzige Sechser von daher muss er mit der Kritik leben die auf ihn einprasselt hätte er da einfach mal die Gosch gehalten dann wäre das auch nicht so da würde man nämlich sagen pass mal auf der Trainer stellt ihn auf obwohl er da gar nicht hin passt so ist es halt dass er da unbedingt spielen will hat er sich leider keinen Gefallen mit getan aber das sind alles so die Umstände warum Kimmich gerade nicht gut performt und noch mal ein Kimmich muss schon auf Top Niveau performen damit er passabler Sechser ist wenn Kimmich unterperformt ist er ein grottiger Sechser weil er einfach kein Sechser ist er ist ein 8 da kann ich mich drauf einlassen mehr auf die Offensive ausgelegt er ist kein Sechser gut Robert Hartmann sollen sie doch noch den Gurassi von Stuttgart holen Kane und er teilen sich die 8 bzw. 9 das habe ich heute in der PK gesagt weil er das Thema aufkam aber gegen den V spielen steht habe ich auch gesagt wenn die Chance da ist ich weiß auch nicht ob er ein reiner Mittelstürmer ist vielleicht auch über Außen kommen kann vielleicht wollen wir auch mal mit einer Doppelspitze spielen dann ist das eine Option dann wäre du doof wenn du dich nicht um den Spieler bemühen würdest für das Geld weil es ist kein großes Risiko selbst wenn er nicht funktionieren würde könntest je sehe ich das ähnlich wie du Gerdo Kurt habe es nicht gesehen nur im Ticker etwas mitverfolgt von daher kann ich nicht viel zum Spiel sagen so wie die Mannschaft in den letzten Wochen dasteht muss man jedes Spiel als nennenswerten Erfolg bewerten dass man das mal einigermaßen souverän zu Null runtergespielt wird ohne Totalausfälle oder kollektive Abwesenheit für eine Halbzeit solange das keine Selbstverständlichkeit ist ist alles andere eher Makulatur nicht wirklich wollte und erst recht nicht konnte was Offensive angeht also es ist jetzt nicht so dass wir super gefordert waren in der Defensive da sind wir am Sonntag definitiv anders gefordert in der Defensive Stefan du siehst das genau richtig nur wie geht es weiter wieder Kranke und nun kommt der VfB oh je und wir brauchen neue Spieler in Wintersaison Aussetzer ja Tuchel hat auch seine Probleme ja na klar brauchen wir wir brauchen Innenverteidiger wir brauchen rechten Verteidiger wir brauchen idealerweise einen defensiven Mittelfeldspieler gehe ich voll mit wie wir gerade schon hier gesehen haben sollte der Stuka Spieler gesagt er ist auf jeden Fall weg in der Winterpause bedeutet er ist günstig zu haben sollte man sich bemühen definitiv hat man noch eine weitere Option Gnabry ist eh außen vor Schuppu auch also für mich wäre das logisch ob wir das tun werden ich wage es zu bezweifeln ja den Rest werden wir am Sonntag sehen David nach der Gruppenphase eh Schluss da kann Bayern tausendmal alle Gruppenspiele gewinnen ja fühle ich nicht wirklich aber jeden seine Meinung Günther Moor naja aber das ganze bleibt ungeheuer volatil können Fußballmannschaften der Premier League der Bundesliga und der und der deutschen dritten Liga in einem Tag gleich stark sein das ist der Unterschied der Qualität ja nicht wirklich fundamental was dann ist der Unterschied der Qualität ja nicht wirklich fundamental sondern einfach einstellungsabhängig zum Beispiel Mbimbe von der Eintracht einen Tag Weltklasse am nächsten Kreisklasse ja klar also ich denke Fußball wie bei ganz ganz vielen Sachen und ganz ganz vielen Sachen auch im Sport es ist immer der Kopf Leute es ist immer der Kopf ja also wir müssen ja nicht darüber reden äh dass nehmen wir Minjay weil er schon ganz ganz viele Fehlpässe hatte auch Pässe über zwei Meter und sowas dass er keinen Ball spielen kann oder auch ein Kimmich ihr glaubt ja nicht dass er keinen Ball spielen kann ähm generell Hochleistungssportler oder Sportler die dann viel Druck haben und so weiter ähm das ist immer eine Kopfsache ne und das ist dann wodurch dann auch diese diese Motivation kommt dass man dann so aus der Brücken ja wir fahren aus der Brücken ähm dann kannst du als Trainer den Gegner auch noch so stark reden die Spielen gegen Abstieg in der dritten Liga und dann fährst du dahin und denkst ach ja alles gut machen wir auf einer Pille machen wir ein zwei Tore und ähm da merkst du auf einmal ja scheiße klappt der gar nicht ist da los so und dann musst du erstmal wieder versuchen den Schalter umzulegen und dann Gegner ist ja super aggressiv die er dann noch auf dich drauf geht ähm und dann ist es schwer den Schalter umzulegen und das äh umzuswitchen die Performance zu bringen ne und wenn das dann elf Spieler tun die auf dem Platz stehen dann kannst du kannst das Ding schon abhaken ja wenn das zwei drei Spieler tun kannst du das vielleicht noch auffangen ja und das war anscheinend jetzt aus unserer Sicht äh ich geh mal weg von Frankfurt ich kann das nicht vergleichen ich hab nur das eine Frankfurt Spiel gesehen ähm ist dann von unserer von unserer Warte nicht anders ja man hat überragend trainiert zehn Tage Pause gehabt fünf Tage überragend trainiert und dachte dann so Alter wir sind wir sind der FC Bayern wir sind so geil wir sind so stark wir fahren nach Frankfurt die haben vier Niederlage Geserbrücke Bukat ausgeschieden das ist so ein Selbstläufer ja und dann haut dir die die Frankfurter Eintracht äh die ersten 20 Minuten so auf die Fresse äh fußballerisch ja und dann hast du den Schalter nicht mehr umgelegt gekriegt ja deswegen das ist alles Kopfsache du einmal nicht zu 100% da bist ja dann passiert sowas mir ist auch wenn es viel stabiler aussah als letztens ist einfach diese Spielphilosophie ein Trauerspiel für mich persönlich wir warten ab was der Gegner macht kein Druck kein Tempo nach vorne also ich bin froh wenn wir neue Spieler holen aber ob das sich dann ändert bezweifle ich Kane ebenso für mich der Beste auf dem Platz unglaublich er ist überall und effektiv noch nie so ein Neuner spielen sehen das ist echt krank Sané fängt wieder an in einem Loch Sané fängt wieder an in einem Loch zu fallen Kommand schon mal besser als letztes Spiel Kimmich und Goretzka konnten performen aber das ist auch Manchester United zu verdanken gegen andere Torbmannschaften werden sie alt aufsehen ja da sind wir wieder bei der Tagesformgeschichte und so weiter was wir gerade schon besprochen haben außer vom Kopf her ich bin bei dir mit den Aussagen auch ich wir haben es ja gerade schon gesehen dass auch Leute damit zufrieden sind mit dieser Spielweise oder sie es sogar nahezu perfekt finden ich finde das auch super langweilig vielleicht bin ich da auch einfach oder sind wir allgemein beim FC Bayern viel zu verwöhnt über die letzten Jahre was wir für einen tollen Fußball gesehen haben aber dann darf man nicht Frankfurt oder nicht Leverkusen oder Stuttgart sich mal anschauen wenn man sieht mit was für Mittel man einen sehr attraktiven Fußball spielen kann der auch erfolgreich ist und wenn man dann unsere Kicker da manchmal sieht dann ist das schwierig leider also aber ja ich verstehe das natürlich jeder hat andere Geschmäcker was Fußballstil anbelangt viele feiern das wenn man den Ball in eigenen Reihen hat wenn man nichts zulässt und wenn man dann vorne eiskalt ein, zwei Hütten macht das feiern auch viele ist auch so Mourinho Style mäßig der das ja predestiniert hat oder auch äh wie heißt er bei Atletico Simeone und sowas das ist Geschmackssache halt mir gefällt so eine Spielweise wie sie Leverkusen zeigt oder Stuttgart auch eher als wie unsere aktuelle Spielweise aber gut man wird sehen wenn Tuchel seine Wunschspiele hat wenn er sie denn bekommt ob wir dann eine klare Philosophie sehen und uns vielleicht nicht mehr so viel am Gegner orientieren wie aktuell das weiß ich nicht das werden wir sehen und dann vielleicht entwickeln wir ja auch noch unter dem Tuchel eine schöne Spielweise wo man sagt jo das ist der FC Bayern so spielt der FC Bayern wir werden es sehen M.O.K. Sané Kimmich oder Goretzka Tendenz Kimmich aber der hat noch mehr Potenzial Davis dürfen gehen Sané Hühot ist das Gehalt nicht wert und Davis jetzt zum neuen Vertrag mal angestrengt aber limitiert Kimmich oder Goretzka ja also ich würde aktuell auch eher zum Leon tendieren sag ich dir wie es ist und ich hätte mir im Leon auch schon viel viel mehr ausprobiert auf der 6 aber gut Sané ja weiß ich nicht würde ich nach der Saison beurteilen also bisher die Hinrunde ist okay dass er jetzt nicht irgendwie 22 23 Spiele die wir eigentlich haben okay so viel haben wir nicht weil Pokal raus sind auf dem Level performt ist klar ist abzusehen okay wir haben 24 Spiele mit Champions League aber ich glaube wir spielen bis später ist ja hohes 23 22 24 Spiele in der Hinrunde sei es drum ähm guckt euch die letzten zwei Jahre an alter Sané war vielleicht 10 gute Spiele so ein Drittel der Saison war okay der Rest war immer unterirdisch wenn das jetzt hinkriegt nicht wieder jetzt in dieses unterirdische Loch zu fallen dann ist eigentlich alles gut ja weil die Spiele die er gezeigt hat waren schon sehr stark teilweise ja es waren auch zwei drei wieder so meh meh oder eins sogar richtig meh ja logisch ähm aber er ist halt auch nicht der Spieler ich hab's ja vorhin schon mal verglichen mit Robben der seine Mannschaft dann auch mal mitzieht oder so ne von daher ich bin sehr gespannt auf die Rückrunde beim Newell wenn er da ähnlich performt ja gut für das Gehalt was er kriegt damit das Thema brauchen wir gar nicht erst wieder anfangen ist halt immer noch zu wenig aber es ist dann ein Schritt in die richtige Richtung ja wenn das dann aber jetzt der Fall ist weil in einem Jahr der Vertrag ausläuft und man sich deswegen jetzt den Arsch aufreißt und man verlängert den dann und dann sehen wir die gleiche Scheiße wieder wie es beim Gnabry auch der Fall ist ja das kann ich jetzt aktuell nicht beurteilen also Betty das müssen die die Leute die da in der Verantwortung sind vor Ort sind müssen das beurteilen also ich weiß nicht ob er auch so der Charakter ist wie es beim Gnabry war das ist beim Gnabry so abläuft wie es abgelaufen ist hört ihr gerne nachgucken hier auf dem Kanal hab ich damals gesagt wo es um die Vertragsverlängerung ging dass genau das passieren wird wie es passiert ist ja beim Sané kann ich das nicht einschätzen weil die Jahre davor echt wild waren keine Ahnung schwierig aber ja also ich sehe da auch Handlungsbedarf auf den Außen einen Spieler haben wir schon geholt der Potenzial hat ja wie gesagt vielleicht sollte man den Stürmer von Frankfurt holen vielleicht kann der auch Außen spielen und ansonsten müssen da in der kommenden Saison halt auch mal einfach frisches Blut her also ich bin da beide Steff King was ist nun mit dieser Mannschaft los nach dem Spiel gegen die Eintracht habe ich mir ein Feuerwerk gegen ein schwaches Manchester United erwartet so sind die Zeiten hin wo wir nach einer wilden Niederlage beim nächsten Spiel die Hütte abgerissen haben dieses Spiel wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen die Mannschaft für das schwierige Spiel gegen Stuttgart einzuschwören ich als Bayern-Spieler wäre jetzt noch mehr verunsichert man hat doch in den ersten 20 Minuten gemerkt dass Manchester United erschreckend schwach war für mich gibt es nur zwei Erklärungsversuche erstens Spure kann die Mannschaft nicht heiß machen oder zweitens die Spieler sind zu satt was man bei den Gehältern eigentlich gar nicht denken dürfte noch mal ich würde es nicht so schwarz malen ich fand die Leistung befriedigen habt ihr ja gesehen ich fand es auch einen kleinen Schritt in die richtige Richtung ja wäre es noch um was gegangen hätte ich das auch erwartet was du hier beschreibst ich habe es ja auch gerade schon gesagt ich hätte mir auch noch mal so einen so einen Tacken mehr gewünscht aber es war jetzt auch nicht schlecht ja und noch mal die Spieler wissen auch dass sie am Sonntag gegen Stuttgart spielen hin und her Stuttgart ist das was zählt so da muss das passieren was du gerade schreibst dann muss die Mannschaft brennen rennen kratzen beißen alles das unabhängig vom Ergebnis das sind die Eigenschaften die ich sehen will es muss Feuer sein es muss Leidenschaft sein all das muss da sein dann ist alles gut sollte das nicht da sein dann ist nichts gut und dann wird auch draufgrauen selbst wenn wir dann 2-1 gewinnen sollten das erwarte ich persönlich aber das kann auch jeder anders sehen wie du siehst manche sehen das auch anders manche sagen das war ein Superspiel und so das ist halt auch immer so die Geschmackssache und auch immer so die Art Fußball die man gerne mag oder was man erwartet Erklärungsversuche ich denke das ist eine Mischung aus beiden wir haben es ja auch gehört letztens vom Tuchel ja ich habe da jetzt nicht mehr dann so viel gesagt ich habe nur noch mal darauf hingewiesen und so ich glaube Tuchel ist jetzt was das angeht kein Kloppo Kloppo habe ich immer so das Gefühl Kloppo ist so die Onidas von 300 Alter wenn die rausgehen dann dann würden die am liebsten zwei Sperre ziehen oder zwei Messer und Attacke so dass er das Gefühl hat wenn Kloppo seine Mannschaften auflaufen und das ist beim Tuchel halt nicht so glaube ich zumindest dass er nicht diese Art Coach ist und ja wir müssen nicht drüber rumreden dass die halbe Mannschaft einfach mehr als satt ist weil sie mit dem FC Bayern alles erreicht hat indem sie eine Saison sechs Titel gewonnen haben seitdem sie gehen die Leistungskurve geht so runter bei ganz ganz vielen Spielern ich kriege dann ab und wann mal so einen kleinen Peak mal zwischendurch dass sie mal wieder ein paar gute Spiele haben aber im Großen und Ganzen ist diese Standardleistung die mal hier war ist mittlerweile hier und das würde ich auch darauf zurückführen ja dass einfach die Motivation fehlt deswegen war der Kane Transfer umso wichtiger bei dem man mehr als Motivation hat weil er noch nie den Titel gewonnen hat aber das alleine reicht nicht ja wir brauchen halt im Herzen des Spiels im Zentral-Mittefeld auch jemanden der Bock hat der noch was reißen will der der Feuer und Flamme ist das ist was uns gerade abgeht Captain Gurt deine Bewertung zu kommen mal ist lächerlich er ist nicht umsonst Man of the Match geworden das war mega was er gezeigt hat ja super gönn dir deine Meinung lass mir meine Meinung ich lass dir deine Meinung und alles ist noch gut Alter Bernd Biesinger Pavrovic oder Leimov der 6 spielen lassen mit Goretzka ja wäre ich sehr von angetan Andreas Wagner mehr schlecht als recht aber ja gewonnen mehr ist eh nicht mehr zu erwarten wir werden ja sonntags sehen ob mehr zu erwarten ist Peter Phil nach so einem 1 zu 5 Bayern hat geliefert das war okay aber gegen so einen Manchester United naja maximal ein Minischritt gegen den VfB wird das so aber nix das wird ein ganz ganz wichtiges Spiel für die Rückrunde gut aber das wissen die Spieler ja auch ja die wissen darum wie stark Stuttgart ist dazu ist es noch der Südgipfel da ist nochmal richtig Emotion auf der Tribüne auch drin ein bisschen Gift und so da denke ich schon dass da dann auch automatisch eine andere Leidenschaft auf den Platz kommt kann ich mir schon gut vorstellen warum läuft denn diese Saison so wie sie aktuell abläuft ganz einfach weil unsere Bosse vor dieser Saison nicht auf Thomas gehört haben Thomas machte sich vor dieser Saison seine Gedanken und ihm war klar für seinen Fußball brauchte er dringend zwei neue Verteidiger und diesen Top 6er denn seit dem Abgang von Javi 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 hat bei München keinen echten keinen richtigen Top 6er mehr hätte Thomas Tuchel diesen Top 6er dann würde er sofort Joshua Kimmich als offensiven Mittelfeldspieler einsetzen äh das wage ich noch zu bezweifeln aber das werden wir vielleicht in der Rückrunde klären können denn Fakt ist Kimmich stärken und seine Qualität liegt eindeutig offensiv ausgerichtet bin ich 100% bei dir für mich sind eindeutig unsere Verantwortlichen daran schuld dass es nicht so läuft wie es laufen könnte ja ähm nicht alleine nein da gehe ich nicht mit die Transferperiode im Sommer war doch regelrecht keine Katastrophe und jetzt auf einmal haben die Bosse geschnallt worum Tuchel diese Spieler haben wollte und jetzt wollen die Bosse ihm ja nur zuschlagen viel Spaß das wird alles andere als einfach denn erstens sind alle Top-Spieler unter Vertrag zweitens wissen alle Klubs auf der Welt dass Bayern Spieler braucht das heißt die Preise werden sich drastisch erhöhen drittens ob man diese Spieler bekommt die einem sofort weiter missfraglich Fakt ist dieser Sechser muss kommen und zudem zwei Verteidiger wobei es optimal wäre wenn beide Verteidiger innen wie außen spielen können Kim und Mats Rauwe sind beide vier Wochen beim Asia Cup bei Schupu ist egal Leverkusen trifft es noch viel härter Boniface blablabla ja Leverkusen grüß Gott das sind verdammt wichtige Spieler das könnte die Leverkusen die Mannschaft kosten am Sonntag erwarte ich von allen Bayern-Spielern eine richtig krasse Reaktion ein Sieg des Willens ich erwarte dass Bayern Stuttgart ähnlich wie Dortmund aus unserer Arena schießt kein 1 zu 0 2 zu 0 oder 3 zu 2 das muss ein richtiges Brett werden und das Perverse an meiner Forderung ist sie können es ähm ja gehe ich nicht ganz mit ich gebe wir haben es ja im Stream ausdiskutiert aber ich fasse es hier nochmal kurz zusammen ähm ich gehe mit dass es ein Fehler war dass wir zwei Verteidiger brauchen wie du sagst die auch innen und außen spielen können dass wir einen Top 6er brauchen das äh gehe ich auch mit zumindest im Tuchel-Fußball weil Tuchel eigentlich nur mit einem 6er spielen will ähm jedes Mal wenn er das spielt geht es krachend in die Hose äh das war gegen Stuttgart so das war gegen Galatasaray so und so weiter wir brauchen das jetzt die anderen durchgehen ähm wenn er dann mit 2en spielt also ein Goretzka neben Kimmich oder auch mal hinter dem Kimmich ist das bedeutend sicherer weil Goretzka viel ausbügelt ähm deswegen war auch Goretzka Leimer so stark gegen Dortmund erstens dass ein Kimmich dann offensiv spielt wage ich noch aber richtig hart zu bezweifeln ähm einfach weil ein Kimmich ganz einfach aufs Spiel genommen wird du brauchst ein Kimmich nur nur im Raum decken dann kriegt ein Kimmich nichts mehr hin weil Kimmich nicht in der Lage ist die Spiele auszudribbeln um dann zu sagen ich hab jetzt den Platz und die Ruhe um dann jetzt mal eine ach so tollen Chipbette zu spielen und sowas das kann er immer nur weil er von hinten kommt und dann den Raum vor sich hat ja so wenn er 8 da ist steht er viel weiter vorne wird viel eher attackiert ähm vielleicht täuscht die mich vielleicht kriegt ein Kimmich das hin ähm es wird sehr interessant zu sehen sein ob er das hinkriegen würde ähm zu dem Thema dass wir die Verstärkung oder die Verpflichtung nicht gemacht haben ja natürlich Fehler äh der Vereinsführung dass man Tuchel da nicht ernst genommen hat geh ich mit geb ich dir recht äh nichtsdestotrotz muss 50% sich auch in Tuchel ankreiden lassen weil Tuchel hätte Alternativen gehabt er hat sich vor der Saison hingestellt gesagt so Kimmich ist kein Sechser ich brauch einen Sechser ich brauch Führungsspieler Kimmich und Goretzka sind für mich keine Führungsspieler hat er durch die Blume gesagt was ist das Ende vom Need es spielen trotzdem immer diese beiden Goretzka hat die Kurve gekriegt meines Erachtens nach Kimmich kriegt die Kurve nicht so also hätte dann stelle ich Kimmich nicht auf ich stelle mich vor der Saison dahin und sage nein Kimmich ist für mich kein Sechser ich brauch einen Sechser so dann kriege ich den nicht dann kann ich nicht trotzdem Kimmich dahin stellen dann stelle den Leimer dahin dann stelle den Pavlovich dahin Pavlovich ist ein Sechser Leimer jetzt nicht unbedingt sprich mit dem Leon ob er nicht den Sechser Part spielen kann und will es ist nicht so dass du keine Alternativen gehabt hättest aber man hat nicht die Eier gehabt das zu tun und Kimmich zu sagen pass mal auf du bist nicht mein Sechser und ich will dich jetzt auch nicht als Sechser sehen auch wenn du dich da hinstimmst und sagst ich bin der Sechser nochmal selbst ein Hansi Flick in der Nationalmannschaft hat die Eier gehabt zu sagen Kimmich du bist jetzt mein rechter Verteidiger also da nehme ich Tuchel mit in die Schuld rein weil er hätte die Alternativen gehabt er hat sie nicht genutzt und er nutzt sie immer noch nicht warum weil man nicht die Eier hat einen Kimmich da vom Kopf zu stoßen das ist der Grund deswegen will man jetzt auch unbedingt den super gestandenen Sechser verpflichten weil dann hat man das Argument ach ja wir haben jetzt einen gestandenen Sechser verpflichten der muss auch spielen auf der Sechs so verpflichtest du jetzt ein 22-jähriges Talent aus Sechser dann kommt gleich wieder wie du ziehst hier so ein Talent ziehst du den Kimmich vor so das ist das Thema ja da fehlen den Tuchel halt auch einfach die Eier von daher hat er auch da einen Mitanteil dran Portland schaffe Pässe auf Kein Fehlanzeige stattdessen wird zurückgepasst und diagonal so werden wir kein Weltklasse Team mehr wenn der Licht zurückkommt werden wir hinten wieder stabiler ja gut das ist aber das was Tuchel sehen möchte aktuell ja und was wahrscheinlich auch Tuchel Fußball in Zukunft sein wird da kannst du dich dann schon mal dran versuchen zu gewöhnen Patrick gegen Stuttgart kommen wir auf die Welt wie wiss ich Chris bin bei dir mit der Analyse Sané hätte er mal früh auswechseln sollen wieder mal nicht mit zurückgearbeitet und so weiter bei den anderen Spielern wie Coman Goretzka Davis hat man zumindest gesehen dass sie wollten Kimmich ist und bleibt das Problem hat laut Statistik am meisten gerannt 12,5 Kilometer aber das kann man auch beim Hinterherlaufen schaffen ansonsten der Tabelle angemessen gespielt hinten sicher und auch Chancen warten hat er auf Bayern Sport geschaut haben auch nur Bayern Fans singen gehört die hatten Spaß tolle Unterstützung Sonntag muss mehr kommen um zu binden ja und so Unterstützung von der Fans über Bombe ja mein Gott wir hatten im ganzen Spiel nur eine einzige gelungene Aktion die glücklicherweise zum einzigen Tor geführt hat ich weiß nicht wie wir mit dieser Spielweise auch nur einen Titel gewinnen wollen so dramatisch sehe ich das jetzt nicht habe ich jetzt schon mehrfach gesagt kann man so sehen ja wenn man super kritisch sein möchte kann man das so sehen nach dem 5 zu 1 wo wir mit Sicherheit auch verunsichert waren und wo es erstmal darum ging wieder zu gucken ob wir in der Lage sind den Ball auch mal sicher in den eigenen Reihen zu behalten ich denke das war das Hauptaugenmerk und ich denke das wird auch das Hauptaugenmerk gegen Stuttgart sein das Hauptaugenmerk von Tuchitz Fußball Strategie bin gespannt ob das alles dann so aufgeht Jonas Sané ist die prima Ballerina Witz des Jahres arm ne da kriegst du von mir kein Herz ich sehe ihn auch immer kritisch und ja das Spiel war nicht gut von ihm aber Ballerina fühle ich jetzt auch nicht Kimmich kommt mit 3 wieder viel zu gut weg 4 minus habe es mir gar nicht erst angetan welcher erste Schritt ich bitte dich da hat sich nichts positiv getan das sehe ich anders wie gesagt wir haben keine leichten Ballverluste gehabt wir haben den Ball in eigenen Reihen gehalten das kommt darauf an was du erwartest wenn du jetzt erwartest wir spielen uns da Chance auf Chance heraus das war abzusehen dass das nicht passiert dass wer passiert hätte Manchester United versucht uns hoch anzulaufen zu pressen mal offensiv wirklich aufzurücken und Gas zu geben um Tore zu schießen dann hätten wir die Räume gehabt warum sollen wir gegen Manchester United die nicht konnten nicht wollten wie auch immer warum sollen wir uns dann preis geben und da blinz nach vorne reinrennen und versuchen irgendwas zu machen also ne fühle ich nicht wir waren nicht in der Bringschuld Manchester United war in der Bringschuld die hätten wenigstens einen Punkt gebraucht für Platz 3 so wenn sie da kein Interesse keinen Bock dran haben sind wir dann am Ende des Tages auch nicht dafür verantwortlich da ein super Spiel zu machen hätte Manchester uns die Räume gegeben die wir gebraucht hätten hätten wir ein anderes Spiel gesehen haben sie aber nicht so von daher ist das okay gegen Stuttgart wird diese Leistung niemals reichen Erik gegen Stuttgart wird ein anderes Spiel da wird auch eine andere Leistung sein ob besser oder schlechter werden wir sehen jedes Spiel ist immer anders aber ja im Groben und Ganzen gehe ich damit dass wir da natürlich eine andere Leistung zeigen müssen aber das ist auch ein anderes Spiel mit anderen Vorzeichen da ist die Motivation und so weiter okay Leute ich gucke gerade mal ich nehme die paar Kommentare hier aus der PK noch mit dann brauche ich die auch nicht schriftlich beantworten Helmut Kane überdeckt tatsächlich unsere Schwächen aus meiner Sicht fehlt uns ein Ballsicherer Taktgeber im Mittelfeld wie es Groß Alonso Thiago und so weiter waren so ein Spieler würde allen Sicherheit geben wäre Anspielstation für die Innenverteidiger würde das Spiel lenken Gegenspieler auf sich ziehen und damit den Nebenspielern Räume schaffen so wie es Kane im Sturm macht ja völlig richtig sage ich schon die ganze Saison sage ich schon letzte Saison ja genau so ist es auch hast du 100% recht zweites Manko ein ballsicherer und aufbaustarker Abwehrspieler wie es Alaba war oder auch Lahm und Boateng naja Alaba wird ja auch jetzt schon öfter zeitweise bei Madrid zerrissen also ich glaube nicht dass wir keinen ballsicheren Abwehrspieler haben also ich denke ein UPA ist schon ballsicher ich denke auch ein Delucht ist ballsicher das Problem ist halt immer wie du es hier vorne geschrieben hast dass wir dann nicht den Sechser haben den du halt jederzeit anspielen kannst der dann mit dem Ball was anfangen kann auch wenn der unter Druck ist dann kommen unsere Innenverteidiger immer in diese Situation wo sie dann auf einmal das Spiel eröffnen sollen und dann noch unter Druck geraten dabei ja und dann wird es für jeden Innenverteidiger schwer ja also weil vor allen Dingen dann ja auch meistens keine Anschpielstationen da sind weil der Rest des Kaders steht das würde ich jetzt gar nicht unbedingt den Abwehrspielern in die Schuhe schieben Boateng fand ich jetzt auch nicht so super sicher er hat super Diagonalbälle gespielt das war auch alles ja und das kann Delucht genauso gut der ist halt leider aktuell nicht da Philipp Lahm ist für mich kein Innenverteidiger das können wir schlecht vergleichen war aber natürlich super ballsicher logisch ja aber ich denke das ist gerade so ein Zusammenspiel aus den Faktoren halt einfach für mich ist das zentrale Mittelfeld da erstmal die Hauptrolle die da in der Pflicht ist Mal sehen was man in Zukunft auf dem Transfermarkt noch macht ich würde Knabry gehen lassen eventuell auch Kimmich wenn er nicht zurück auf die rechte Außenverteidigerseite will und dafür nochmals ein Top-Spieler einkommen für die 6 ja gehe ich mit dir dann die beste Lösung der einzige der einzige der aus meiner Sicht definitiv besser wäre und den ich sofort eintauschen würde wäre Alonso weiß ich nicht Alonso müsste dann halt wie du es gerade sagst du bist beim FC Bayern du musst dann halt auch die Eier haben das beim FC Bayern noch durchzuziehen was er in Leverkusen durchzieht dass er das kann dass man ihm das zutrauen kann auf jeden Fall wir werden sehen was die Zukunft bringt ansonsten gehe ich komplett mit dir ich sehe das ganz genauso mit dem Tuchel und mit Knabry und Kimmich sind wir auf einer Wellenlänge Marco möchte mir die Saison nicht ohne Harvey Kane vorstellen er überdeckt einige unserer schwächen unglaublicher Spieler mit toller Einstellung ja ohne Harvey Kane wäre es wir wären wahrscheinlich noch hinter Dortmund Minimum bin sehr zufrieden mit vielen Leistungen vor allem in der ersten Halbzeit Chico war bis jetzt wirklich Team Kimmich aber Alter wir brauchen unbedingt einen neuen Sechser kann da nur noch zustimmen hoffe Kimmich findet seine Form wieder aber dann bitte auf der Art ja AK sehe ich genauso Banja man muss Manchester auch erst einmal so ruhig halten egal welche Probleme sie haben in der Champions League sind sie zumindest stark obwohl wir paar Minuten brauchten um ins Spiel zu kommen haben wir es kontrolliert und somit Manchester den Zahn gezogen größtes Manko waren das unsagbare zu Ende Spielen der Offensivaktion aber das war auf beiden Seiten und ab und an den Willen Raum und Situation zu nutzen um einen Angriff zu starten ja das hatte man nicht man war mehr auf Sicherheit aus das werden wir gegen Stuttgart wahrscheinlich genauso sehen alles in allem war es okay man muss aber am Sonntag etwas mehr Energie investieren um zu gewinnen auch wenn du immer Kimmich und Goretzka sagst sehe ich Goretzka nicht als Problem er hatte heute gezeigt dass er ein guter Sechser sein kann ja ich habe Goretzka ja auch gelobt in meiner Spielanalyse also da bin ich bei dir dass Manchester in der Champions League stark war muss ich dir leider widersprechen ich meine die sind mit 4 Punkten als Letzter ausgeschieden da können wir nicht davon reden dass die stark waren also Karl Bayern Tuchel sah ziemlich mitgenommen aus hoffentlich retten wir uns mit 2 Siegen in die Pause hoffentlich ja FC Bayern Fan vor erinnern der diente Sieg von uns auch so spielen gegen Stuttgart dann bin ich optimistisch ich nicht also wenn wir so gegen Stuttgart spielen ne das wird nicht reichen Christian Beck das Spiel gegen Manchester kann man nicht als Maßstab nehmen Manchester ist nicht mehr das was es einmal war bin gespannt wie die Spiele in der Bulli werden momentan bin ich noch etwas skeptisch die Aussagen von Tuchel auf der PK und von Neuer in der Mixzone sind naja nicht wirklich brauchbar von wegen schwieriges Spiel von Manchester war nicht viel zu sehen Neuer mit seiner Aussage zu Kimmich und wir können alles schaffen Kimmich kann ich ebenso wenig loben wenn er einen Käse spielt nur weil er meint ein Führungsspieler zu sein mich hat eh gewundert dass Neuer ein Interview gegeben hatte obwohl es stimmt ja wir haben ja gewonnen ja Berger aber Kopenhagen die man nicht als Maßstab nehmen mochte sind weiter auch gegen Gala entweder werden die maßlos unterschätzt oder die hatten drei oder vier Mal Dusel in dieser Gruppenphase auf der anderen Seite haben sie auch letztes Jahr gut gespielt in der Gruppenphase ja gut um Kopenhagen ging es ja jetzt hier nicht aber ja alles gut also Kopenhagen hat kommt auf jeden Fall mit Druck klar würde ich sagen Seraka das wird eine sehr schwere Saison wenn da nicht im Winter ein guter Sechser und ein FV kommt ja da sind wir uns alle einig Hobby weiß nicht was der Tore für einen Baum raucht täglich aber muss scheppern ei 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 fettes Lob an unseren Support gute Nacht muss Marcel muss anders kann ich mir jetzt nicht erklären was er da sieht also ich sehe was anderes und dass Kimmich immer spielt obwohl seine Leistung nicht gut ist ist genauso lächerlich genauso wie Coman der heute mal das Tor gemacht hat ja wow klasse aber war aber auch die einzig gute Aktion von ihm wenigstens hat Schuppo mal nicht gespielt der kann genauso erstmal draußen bleiben bis er zeigt dass er es will Marcel ich gehe voll mit dir Hybridverteidiger plus Sechser kaufen dann ist mindestens das Halbfinale drin ja wir brauchen schon zwei Verteidiger glaube ich also ich würde auch einen gestandenen kaufen der beides spielen kann und ich würde noch mal irgendein Talent gucken dass ich da irgendwas kriege der eventuell auch beides kann weil nochmal wenn Asien Cup ist und so dann ist Minge auf jeden Fall vier Wochen weg das heißt du stehst dann wieder mit mit Opa und der Lüchter der Lüchter hat diese Saison die Scheiße am Fuß wie wir gesehen haben verletzungstechnisch deswegen es sollten noch zwei kommen oder du ziehst halt aus der zweiten Mannschaft einen hoch oder unser unser Jugendspieler der im Kader ist der ist vielleicht auch mal verletzungsverschuld ich weiß es nicht vielleicht kann man da auch irgendwas ausleihen I don't know aber ich würde da auch eher nochmal ein mehr nehmen das muss ja dann jetzt nicht so die Riesenkanone sein vielleicht einer der den nächsten Step machen kann bei uns oder so ja gut lange Rede kurzer Sinn das waren eure Kommentare zum Manchester Spiel und damit gehen ab jetzt alle Blicke Richtung Stuttgart ich freue mich auf das Spiel das wird ein sehr interessantes Spiel denke ich und da können wir viel Kredit wiedergutmachen ja rotweise Grüße Leute ich bin gespannt aufs Spiel in diesem Sinne haut rein bis dann Tschüssi bis dann